Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es alle 9 Loot Boy Codes. Es ist wieder ein neuer Loot Boy Code gekommen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Und zwar gibt es heute alle 9 Loot Boy Codes. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und tragt gerne meinen Creator Code Forfit im Fortnite Item Shop ein. Hier habe ich 75 Diamanten und 37.282 Coins. Das heißt, bald wird auf jeden Fall ein Pack Opening Video kommen. Bevor wir zum neuen Code kommen, wollte ich noch kurz Färbung für meinen Discord Server machen. Sehtet gerne meinem Discord Server bei, denn hier stehen immer alle aktuellen Loot Boy Codes und es gibt oft Giveaways. Und dann noch eine Sache, falls ihr mal ein Geschenk haben wollt in Fortnite, dann schreibt euren Epic Namen in die Kommentare, denn ich verlose regelmäßig Geschenke. Und zwar, damit ich sowas öfters machen kann, würde es mich außerdem freuen, wenn ihr meinen Creator Code Forfit im Fortnite Item Shop eintragen würdet, um mich dann zu unterstützen. Kommen wir zum ersten neuen Code an. Der ist T-H-E-G-A-E-F-G. Wenn wir ihn einlösen, erhalten wir 5 Diamanten und 2000 Coins. Und er ist gestern reingekommen. Dann gibt es noch einen neuen Code, alles ausgeschrieben ist. Und er heißt T-H-E-A-Q-E-T-E-R 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 erhalten wir 5 Diamanten und 2000 Coins. Und dann gibt es noch einen anderen Code. Aber bei dem Code ist es so, dass es, wenn ihr Bugs Brexit eingelöst habt, dass ihr dann ihn nicht mehr einlösen könnt. Und übrigens heißen die Codes Bugs, weil gerade die Bugs 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 Aktion läuft. Das heißt, wenn ihr 25, bzw. die Bugs Bugs Aktion lief bis gestern, wenn ihr 25 Premium Loot Packs geöffnet habt, habt ihr garantierte V-Bugs bekommen. Dann gibt es den anderen Code, der ist Bugs-Cruffy und der hat auch 5 Diamanten bzw. der gibt 5 Diamanten und 2000 Coins. Aber weil ich Bugs Bugs ND eingelöst habe, geht Bugs Cruffy nicht. Dann, was wieder gültig ist und zwar, Work.com GG für neue Nutzer. Ich bin ja kein neuer Nutzer. Er geht wieder für neue Nutzer. Er ging ja mal eine Zeit lang nicht für neue Nutzer, da die maximale Anzahl erreicht wurde. aber jetzt haben sie ihn wieder hinzugefügt für die die ihn noch nicht eingelöst haben dann noch ist dort 500 den standardcode was sie ihn noch nicht eingelöst habt und 500 was ihr ihn noch nicht eingelöst habt ist auch noch gültig und dann nicht mehr gültig ist gut binde strich mit viva 5 utu pao hier ausrufezeichen 5 grefg und es truppa diese codes sind nicht mehr gültig bei welcome gg bekommen wir übrigens 5 diamanten und 1500 coins der box brexit 5 diamanten 2000 coins der box graphie 5 diamanten 2000 coins und bei the kueta bekommen wir 1000 coins das waren es auf jeden fall alle lootboy codes lasst gerne ein like und abo dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten mal